Eine Motorradhelm-Kamera ist eine Kamera, die speziell für die Befestigung an einem Motorradhelm entwickelt wurde, um Videos oder Fotos während der Fahrt aufzunehmen. Sie ist wichtig, da sie Motorradfahrern die Möglichkeit bietet, ihre Fahrerlebnisse festzuhalten und zu teilen. Diese Kameras ermöglichen es den Fahrern, atemberaubende Landschaften, kurvenreiche Strecken oder sogar ihre Fahrtechniken aufzuzeichnen, was nicht nur für persönliche Erinnerungen dient, sondern auch als Beweismittel bei Unfällen oder zur Verbesserung der Fahrweise genutzt werden kann. Sie bieten eine zusätzliche Sicherheitsebene, in dem sie potenziell gefährliche Situationen aufzeichnen können, was für die Analyse und Verbesserung des Fahrverhaltens hilfreich ist. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Motorradhelm-Kamera. Lassen Sie uns beginnen! Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Scam C100+. Mit Ihrer fortschrittlichen 4K 30fps-Technologie erfasst diese Mini-Action-Kamera jedes Detail mit atemberaubender Klarheit und Präzision. Dank Ihres hochwertigen Objektivs und fortschrittlicher Bildverarbeitungstechnologie können Sie Ihre Abenteuer in lebendigen Details revibieren. Die ultimative Mini-Action-Kamera ist klein, tragbar, leicht und perfekt geeignet, um all Ihre Adrenalin geladenen Momente festzuhalten. Diese Taschenkamera ist so konzipiert, dass sie überall hin mitgenommen werden kann, sei es auf der Piste, beim Surfen auf den Wellen oder bei der Erkundung der freien Natur. Zudem verfügt die Kamera über eine Wi-Fi-Appi-Fernbedienungsfunktion, mit der Sie sie bequem von Ihrem Smartphone oder Tablet aussteuern können. Sie können mühelos Einstellungen anpassen, Fotos und Videos aufnehmen sowie Ihre Inhalte mit Freunden und Familie teilen, alles bequem von Ihrem mobilen Gerät aus. Dank Ihrer kompakten Größe und Ihres geringen Gewichts eignet sich diese Mini-Action-Kamera auch perfekt als Helm-Kamera. Die mitgelieferte Magnethalterung ermöglicht es Ihnen, die Kamera problemlos an Ihrem Helm oder einer anderen Ausrüstung zu befestigen, um all Ihre aktiongeladenen Momente freihändig festzuhalten. Hier ist der Punkt Nummer 4, Timnode 4K, 30fps Action Cam. Die professionelle 4K Ultra HD Action-Kamera Timnode nimmt Videos mit 4K, 30fps auf und schießt Fotos mit 20MP. Diese Kamera ermöglicht es Ihnen, Ihre Abenteuer mit Ihren Freunden und der Welt zu teilen. Egal, ob Sie beim Tauchen mit Haien, beim Überqueren eines Flusses im Kajak oder beim Rafting unterwegs sind, Sie benötigen eine zuverlässige, wasserdichte Action-Kamera. Die Timnode-Kamera ist nicht von Natur aus wasserdicht, sondern wird mit einem wasserdichten Gehäuse geliefert, das es Ihnen ermöglicht, sie in Tiefen von bis zu 40 Metern zu verwenden. Anstatt wie bei einer herkömmlichen Kamera den gesamten Horizont abzusuchen und zu schwenken, genügt es nun, einen Knopf zu drücken. Diese Unterwasser-Kamera ermöglicht atemberaubende 170-Grad-Panorama-Aufnahmen ohne jegliche Verzerrung. Für die besten Abenteurer sind die besten Kameras unerlässlich, um die Essenz ihrer Heldentaten festzuhalten. Die Stabilisierung der Timnode-Sports-WiFi-Cam ist so effektiv, dass sie wackeln und springen verhindert, als ob die Kamera auf einem Gimbal montiert wäre. Außerdem unterstützt diese Action-Kamera ein externes Mikrofon, mit dem Sie Ton aus allen Richtungen in gestochen scharfen Details aufnehmen können. Der Punkt Nummer 3, Surfula Action-Cam Die Surfula Sportkamera erfasst atemberaubende Videos und Fotos in höchster Qualität. Tauchen Sie ein in die Schönheit der Unterwasserwelt und erfassen Sie klare, lebendige Bilder. Die Kamera zeichnet klaren und deutlichen Ton auf und ermöglicht eine bequeme Fernsteuerung. Vermeiden Sie verwackelte Aufnahmen und nehmen Sie kontinuierlich auf, ohne sich um den Speicherplatz sorgen zu müssen. Teilen Sie Ihre Aufnahmen sofort mit Freunden und Familie oder genießen Sie sie auf einem größeren Bildschirm. Mit dem wasserdichten Gehäuse können Sie mit der Action-Kamera bis zu 40 Meter tief in die Unterwasserwelt eintauchen und sie erkunden. Neben den eingebauten Lautsprechern enthält das Paket auch ein externes Mikrofon, das Geräusche reduziert und so für klarere Tonaufnahmen sorgt. Die Surfula Sportkamera ist leicht, wiegt nur 43 Gramm und wird mit 19 Montagezubehörteilen geliefert, wodurch sie in verschiedenen Sportumgebungen vielseitig einsetzbar ist. Diese Sportkamera bietet zudem verschiedene Filteroptionen. Zeitraffer und Zeitlupenfunktionen bringen Ihre Videoideen zum Leben. Nummer 2 in unserer Liste Wolf Angar 100 Die Action-Kamera Wolf Angar 100 bietet eine native 4K-Videoauflösung mit Optionen für 4K bei 30 Frames pro Sekunde, 2, 7K bei 30 Frames pro Sekunde, 1080p bei 60 Frames pro Sekunde, 1080p bei 30 Frames pro Sekunde und 720p bei 120 Frames pro Sekunde, um sämtliche Details deines Abenteuers festzuhalten. Bei den Fotoauflösungen stehen Optionen von 20MP, 16MP, 12MP, 8MP zur Verfügung, um besondere Momente in hoher Klarheit einzufangen. Diese Helmkamera wird mit einem externen Mikrofon mit Geräuschunterdruckung geliefert, um auch in lauten Umgebungen klare Tonaufnahmen zu ermöglichen. Das mitgelieferte multifunktionale Montagezubehör erfüllt verschiedene Anforderungen für Aktivitäten wie Radfahren, Motorradfahren, Reiten, Schnorcheln, Tauchen, Skifahren, ohne dass zusätzliches Zubehör erforderlich ist. Die Gar 100 ist mit einer Eis-Antischecke-Funktion ausgestattet, die die Stabilität und die Qualität der Videos erheblich verbessert und somit die großartigen Momente des Sports mühelos festhält. Diese Zeitraffer-Kamera bietet eine Vielzahl von Aufnahmemodi wie Selfies, kontinuierliche Aufnahmen, zeitgesteuerte Aufnahmen, Zeitraffer, Loopaufnahmen, Zeitlupe und den Automatikmodus, unter anderem. Das wasserdichte Gehäuse der Unterwasserkamera Gar 100 ist robust und langlebig. Mit dem wasserdichten Gehäuse können problemlos Unterwasserwelten bis zu einer Tiefe von 40 Metern erkundet werden und der Spaß beim Schwimmen, Surfen, Segeln, Schnorcheln, Tauchen sowie bei anderen Wassersportarten kann ohne Einschränkungen genossen werden. Außerdem ist die Kamera auch bei Regen- und Schneewetter verwendbar. Die Nummer 1 in unserer Liste WEMONT 1080p 12MP Action-Kamera Ein Weitwinkel von 140 Grad bietet eine erweiterte Sicht. Im Gegensatz zum herkömmlichen Aufnahmewinkel üblicher Kameras ist das Bild breiter, die Szene wirkt realer und natürlicher. Selbst in den Ecken, die für das menschliche Auge schwer erkennbar sind, können wir wundervolle Bilder festhalten und überraschen. Unser Ziel bei der Entwicklung dieser Action-Kamera ist es, allen Kunden, die besondere Momente festhalten möchten, ein tragbares Produkt anzubieten, das ihre Reise nicht belastet. Und nun haben wir es geschafft. Die WEMONT Action-Kamera wiegt lediglich 47G und das wasserdichte Gehäuse wiegt nur 89G. Sie ist definitiv eine leichte und tragbare Kamera. Worauf warten Sie noch? Bereiten Sie sich jetzt auf Ihre nächste Reise vor. Dieses Unterwassergehäuse bietet ausgezeichneten Schutz vor Kratzern und Stößen. Mit dem eingebauten wasserdichten Gehäuse ist es möglich, bis zu 30 bis 40 M unter Wasser zu tauchen. Perfekt für Schwimmen, Surfen, Tauchen und das Erkunden der unbekannten Unterwasserwelt. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Motorrad-Helm-Kamera unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.